Multipore Exalterm, das System für Mauerwerksanierung. Älteres Mauerwerk ist oftmals durchfeuchtet und mit Salzen belastet. Unästhetische Ausblühungen entstehen, der Putz reißt. Die Sanierung solcher Außenwände gestaltet sich bisher als sehr aufwendig und bedarf regelmäßiger Überarbeitungen. Mit dem Multipore Exalterm System sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld. Es wird nicht nur schneller und einfacher verarbeitet, es hat zusätzlich auch eine hervorragende Wärmedämm-Eigenschaft und ist nicht brennbar. Die Multipore Exalterm Entsalzungsplatte nimmt Feuchtigkeit und Salze aus dem Mauerwerk auf. Die Feuchtigkeit verdunstet an der Oberfläche, die Salze verbleiben in den unzähligen Poren der Platte. Das System bleibt langfristig intakt. Bewohner profitieren von behaglichem und wohngesundem Raumklima ohne Schadstoffe, ohne Schimmelbildung. Und das mit gutem Gewissen. Denn die natürlichen und mineralischen Bestandteile machen Multipore Exalterm zu einem ökologischen und nachhaltigen System. Ein System, viele Vorteile. Multipore Exalterm, die schnelle und effiziente Lösung für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk. Auch perfekt geeignet für die Überführung von ehemals landwirtschaftlich genutzten Höfen und Stallungen in Wohnraum oder für denkmalgeschützte Objekte.